Hey, willkommen herz, kommt rein. Passend zum Wetter haben wir heute für euch eine brandheiße Neuigkeit. Denn obwohl die Bildschule Manifest und der bitterböse Fiff's Horseman aktuell immer noch durch die Fachpresse und durchs World Wide Web rocken, haben wir uns entschieden, heute ein neues Projekt zu starten. Dieses neue Projekt steht unter völlig neuen Vorzeichen. Und zwar kein Miegel-Neu-Weiß-Serien-Fahrzeug, sondern gutes Gebrauchsmaterial. Kein europäischer Exot, japanische Massenwaren. Und was das Budget angeht, so killen wir diesmal nicht den Bausparer und fackeln das Studiengeld eurer Kinder ab. Projekt X startet heute und wir wollen zeigen, was mit überschaubaren Mitteln möglich ist, dass man damit ein völlig eigenständiges, individuelles und besonderes Bike auf die Räder stellen kann. Wir haben echt Glück, weil der Ubi, der zieht sich gerade seinen ersten Kaffee und wir gucken jetzt mal ganz schnell über die Plane, hopp, aber Gas geben wir uns. Hey, was soll denn das? Leute, Plane runter, kommt schon. Nicht dranbleiben.